so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja ihr seht hier ist noch ein fächer wir haben gerade mit dem jonas vom feuerwerk land ein bisschen ein feuerwerk geschossen und jetzt haben wir natürlich auch noch selber unsere produkte hier mit haben wir ein bisschen was zusammengepackt guckt euch das an das ist von daniel hier ein paar defender von mir ein tschechisches bengalo das mache ich vielleicht zum schluss vielleicht kommt das ins video vielleicht auch nicht nico raketen natürlich gute alte nico flash bringen was heißt gut alt der ist neu space twister bis bis twister mit der leger und ich würde sagen daniel fängt an mit mit einer nauty streamer das war süß nochmal ich will 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 jetzt eine diamond rakete wie heißt die um die green pionie der easy nicht ja komm lass sie in den fächer stecken aber so zum feld herr meinte zum feld die waren eigentlich an sie beste recht scheiße ich sag da diese nicht so gut machen wir gleich mal weiter daniel was immer jetzt kommt noch eine rakete kommt eine rakete jetzt zunicht ja okay was hast du da nico turbo eine turbo in gelb in gelb der gute büller jack brenner der gute büller jack brenner leute die sind geil die teile also nico raketen immer fett im kongo so jetzt leute warten wir nehmen mal kurz die trocken säcke weg die trocken säcke ich mache vielleicht noch einen kleinen ausmachen feuerwerke jetzt machen wir einen kongo ich bin mal sehr gespannt was sie können dann ihr meint die sind recht gut ganz schön hast du gleich noch was geiles ja ich habe gerade gesehen mit dem punkt war ein strobe ich habe ich habe ne idee wir machen jetzt mal ne blittern glamour rakete von leslie und der daniel der leuchtet mir schon wieder nichts ich sehe einfach nichts jetzt die dünne flamme muss reichen dünne flamme so lässt die blittern glamour danach ein strobe von jorge direkt hinterher machen wir keine halben sachen wir rasten ja aus fb3 das gab es nicht bei jonas im feuerwerk hey daniel hallo ich will ihm sein disco alter ich kann ja nicht rein nervt ja überhaupt alter junge also leute die teile haben es echt drauf alter ich sehe ich sehe einfach nichts mehr so krank man bewegt sich halt man bewegt sich halt wirklich wie im disco das ist wie zeitlupe alter mir wird richtig schlimm ich glaube nicht wie lange geht es 60 sekunden eigentlich das ist ja schon länger ne nervt überhaupt nicht mit abschlussknall hey disco jonas hast du was alter man sieht dich gar nicht das ist schön alle menschen alle warte ich will auch was schönes warte warte ey aber da muss man jetzt leise sein so wegen wegen schall wenn ich meine kopfler würde haben die beiden wollen abbauen ja das ist eine kopfler Leute ich schenk dir deine kopfler jetzt musst du dein eigenes licht anmachen denn das der schall so premium nicht die das Oh oh. Ich sehe nichts, ne? Eine Paket Greg und Mariphone? Von was ist das? Von heute. Von heute? Was ist denn das? Keine Ahnung, einfach anzünden. Jo moin! Das war eine Trucker. Ja, das war eine Trucker, nur sehr leise. Warte, dann möchte ich einmal den Einzelnen noch hinterherwerfen. Den Einzelnen? Das ist ein China Superböller 1. China Superböller. Von? Von? Veko? Veko, ja. Dumm vor Knallen. Ach, dumm vor Knallen. So, jetzt Space Twister. Hier auch nochmal schön mit meinem, mit meinem wundervollen... So, soll ich machen? Ne, ich mach's. Ne, ich mach's. Da! Überhaupt nicht. Wuh! Aha! Joa! Liegen gut! Das war übrigens ein Tempo. Liegen gut! Ähm. Versuchen wir mal noch einen. Wo versuchen wir jetzt den nächsten? Ich versuche jetzt erstmal einen Versuch. Ich versuche jetzt noch einen. Vielleicht fliegt der ja hier. Renn! Der war richtig geil. War zuhause. So, ich hab jetzt hier ne Crazy Bomb. Und der Daniel hat noch Packet Tracker. Paket Tracker. Warte mal. Kannst du ja als erstes machen? Ich geh schon mal hier so rein. Ja, beste Lunte wieder. Ja. Ja. Der Winter stinkt. Aber! Das ist ein schöner Tracker. Alle! Warte mal. Bisschen zur Straße. Direkt in mein Gesicht so. Jetzt die Johannes rausziehen. Ja. Bitteschön. Jetzt stimmt das Space Twister mal aus. Wo? Hier. Lockt das noch? Vielen Dank. Bitteschön. Oder soll ich das einfach wie so ein Turbo-Blitz machen? Ein Turbo-Blitz? Ich stelle es einfach wie ein Circle-Blitz. Ja. Der explodiert ja eh nicht. Ein Circle-Blitz? Von Jorge? Nein, Spaß. Ne, er ist ein Turbo-Blitz. Aber mal gucken, was jetzt passiert mit dem. Ja. Aber dürfte eigentlich nichts passieren. Geiles Teil. Machen wir gleich mal No Wrist No Fun, den Space Twister. Ja, ist das so. So Leute. Renn, 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 renn. Ne, ne, ne. Mann. Wut? Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, die zwei Raketen. Ich will. Haben wir hier die XPE 2749. Ja und dann noch die 2724. 3, 2, 1 und. Oh, Junge. Oh, schön. Luft die kurz. Bist du Luft? Nein. Tab 4. Das ist Kategorie 8 ist das. Entertainment vom feinsten Leute. Und jetzt alle Defender. Machen wir mal ein 2 von heute. Ne 3 und ne 2. Und ne 1. Ja. Okay, brauche ich deine Hilfe. Und ich hoffe es klappt nicht so wie ein Kral Müritz. Weißt du das noch? Der hat es nicht geklappt. Ne. Machst du 2? Ich mach 2. 3, 2, 3, 1 und. Und los. Schade. Jetzt noch ein paar D-Baller. Mega geil. D-Baller? Welche Marke? Keller. Keller. Martin, bitte zündst du noch nicht. Ich hab kein Licht. Aber klingt gut. Und noch 3, 2, 1. Warte, warte, warte. Warte, wo ist die Leute? Mann, hier irgendwo bei dir. Jetzt ist er wieder rausgefallen. Wo ist denn die? Drück die fest. Ja. 3, 2, 1. Was ist? So. Wuh. Ey, aber der Schall. Kannst ja keinem erzählen. Voll geil. Ich zünde sich selbst an. Findet gut. 1001 Silbertaler. Das ist einfach genau derselbe Effekt. Ja, ne. Ja. Oh, schön. Jetzt ein paar China-Baller-A von Keller. Und dann gibt's noch ein Bengalo. Ja, schmeißen wir mal noch näher. Ist okay. Das ist die Süße. Jawohl. Aber süß sind die. Ein bisschen Druck haben die auf jeden Fall. Kann man nicht verneinen. Und meine Hände, Leute. Guckt euch die an. Richtig dreckig. Pyro-Cracker gewesen. Pyro-Cracker? Von? Keller alles. Keller! Die sind einfach genauso laut wie die Super-Baller-A. Super-Baller-A, vor allem. China-Baller-A. Ey, da liegt mein Berg noch. Macht ihr nicht. Dreckig. Ey, die sind voll scheiße. Scheiße. Oh, der ist verpufft. So, jetzt ein? Was ist denn das? Keine Ahnung. Eruption oder so. Aber ich mach hier noch... Ich glaub, das heißt Eruption, das Ding. Eruption? Aber was ich schon mache, sieht die Balle aus. Das ist ja schön. Aber jetzt wird's noch geil. Jetzt kommt ein tschechisches Bengalo. Danke auf jeden Fall an Böllerczyk, der mir das gesponsert hat. Was? Kann ich nehmen? Ja, nehmen. Nein! Aus Töchen! Es explodiert gleich! Mit Abschlussknall! Geh mal her! Ja, du! Ohohoho! Renn! So wie Joshua! In Graal! Ah! Ich bin ja nicht Joshua! Aber das Teil ist geil! Von Pyros da ist es, glaub ich. Oh, du Arschloch! Funke! Funke? Ja. Voll geil. Die Funke haben richtig Druck. Da ist Falter. Schirp. Achso. Uh! Der Kapsel ist einfach abgefallen. Oh, einer. Alles sicher. Wow, sind die laut. Hilfe! Wolltest du mal hier hin, bitte? Ja, auf mich rauf. Komm. Aua! Aua! Warte! Ich hab noch Superbeller 2. Oder 1. Ey, die... Sind schon ein bisschen böse. Oh, würdet ihr die Schnipsel sehen, Leute? Ich versuch mal... Oh! Wow! Warte, ich stell mal einen oben rauf hier. Guckt euch das mal an. Ja? Nee! Action! Äh! Wuh! Boah! Ach, der... der Jonas. Soll ich nochmal den Alau Akko machen? Dennis? Jo! Okay. Achso! Ich hab noch Mini-Raketen. Noch Mini-Raketen? Panda hat Mini-Raketen. Ne? Ein paar. Jo! Oh! Für die Größe, ne? Ja, wow. Passt gut, oder? Oh! Mach halt noch weiter. Warte mal, wir machen mal ein bisschen nach da. Geht halt nicht, ne? Pech. Geht weg! Ey, wenn ihr den Schall genauso hört... Und das Glied im Hintergrund natürlich... Hallo! Ich seh nichts. Jo! Juhu! Vor allem der Schall! Komm ich drauf klar? Mach mal Licht! Ich will sehen! Hier ist Licht! Aua! Immer noch einer. Boah! Und die sind dann noch? Ich hab ja viel, wa? Ah, Glück! Einmal. Ne, ne. Und? 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 Ja, noch einmal. Nja! Doch! Finish! Boah, der eine Piepton ist grad richtig weit... Und damit, Leute, würde ich sagen... Oh, mal die Säcke! Vielen Dank fürs Zuschauen! Das war so eine kleine Tour mit dem Daniel hier. Moin! Moin moin! Moin moin! Ja, alter Schwede, es war so geil! Ich hoffe, ich hab jetzt noch das Feuerwerk davor geschnitten, dann seht ihr das alles. Und sonst würde ich mich nochmal bedanken. Tschüss! Und sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hier ist alles dreckig und meine Hände auch. Hau da rein! Bis zum nächsten Video und... Ciao! Bis zum nächsten Mal!